Was geht ab, meine Freunde? Ich bin's wieder, euer Xerox und heute sind wir in Obby XY drin. Ich glaube, so hieße XY. Ja, das kommt davon, wenn man keine Ideen für einen Namen für eine Obby hat. Dann nennt man die einfach XY. So muss das sein. Und ich denke mal, es wird eine ziemlich einfache Obby sein. Und ja, ich glaube schon. Ist das hier ein Checkpoint? Ja, das ist ein Checkpoint. Sehr schön. Aha, darf ich wieder meinen Trick anwenden? Okay, ich werde meinen Trick anwenden. So. Oh, 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 oh. Der ist ja komplett verrückt. Äh, nein. Ach Gott. Ich muss glaube ich erst mal auf das kleine rote Ding drauf. Dann geht das, glaube ich, hier hin und dann müssen wir da vorne zum Orangenen. Ja, habe ich doch easy geschafft. Also wirklich, besser geht's doch gar nicht. Äh, wird er das hier auch schaffen? Wird er da irgendwie rüberspringen? Wir gucken mal. Ne, das packt er irgendwie nicht. Aber so kriege ich schon mal die, den Weg vorgegeben, wohin ich müsste. Das ist ja eigentlich auch schon mal nicht schlecht. Also hier einmal hin, hier einmal hin. Jetzt habe ich hier den Weg verpeilt. Okay, das ist einmal hier rüber. So, wir drücken nochmal. Okay, das ist direkt hier aufs rote. Und dann direkt hier drauf. Sehr nice. Ganz, ganz easy. Und ja, das war auch schon wieder die Obby. Nice. Wir lassen ihm mal eine Spende da. Fünf Robux. Ich bin, ich bin ein netter Mensch. Und deswegen lasse ich fünf Robux da, damit ich einfach hier rumstehe. Es fehlt halt ein bisschen. Es fehlt ein bisschen was vom Design her. Und ich finde, man könnte solche Stages ruhig ein bisschen erweitern. Weil schwer ist es nicht. Es sind ganz normale Obby-Stages. Und die sind auch nicht schwer umsetzbar. Aus diesem Grund ruhig ein bisschen mehr reinpacken. Dann, dann wird das Spiel wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Spaß machen. Aber ihr findet auch hier mal wieder den Link unten auch in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Er hat ja bis, äh, bis Dezember, sag ich schon. Bis Januar oder Februar. Ich weiß selbst noch nicht, wann ich das wieder mache. Gucke ich mir ja nochmal die Spiele an. Und mal sehen, ob er das bis dahin dann gepackt hat, hier weiterzumachen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Xerox. Und eine Sache muss ich noch ganz kurz sagen, bevor das Video endet. Die letzten zwei Folgen oder jetzt schon drei Folgen waren ja wirklich Videos, die vielleicht drei Minuten gingen. Mehr nicht. Naja. Bis zum nächsten Mal. Euer Xerox. Ciao, ciao.